Hier ist Barbara Elichmann, mein Name ist EXPLOSIV. Guten Abend. Machst du das normal, mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner. Das war's. Ich bin tot. Ich werd mein Fuß so was von weit in deinem Arsch hochtreten, dass du mir ohne Mühe die Nägel abkauen kannst. Gummy Gattler! Heschlacht! Jetzt lass ihn heute mal ausreden, du Arschloch! Mies! Hörst du den Boden beben? Siehst du den Rauch am Horizont? Kannst du den Kampfbock hören? Das kann nur einer sein. Dort kommt heran der wilde Horst, atmet den Hauch des Todes. Hass erfüllt und voller Wut will er nur eins. Äh, ja. Ja, was will er jetzt eigentlich? Ach, egal. Der Horst rennt, er macht alles nieder. Der Horst rennt, nichts kann ihm widerstehen. Der Horst rennt, er singt seine Lieder. Der Horst rennt und alles hinter ihm brennt. Du kannst mich doch nicht so erschrecken, du ziebte Klatscher! Das kann man mit Brügel allein nicht korrigieren. Ey du, voll fett, der krasse Macker. In den Staub fliegen Dreck. In den Staub fliegen Dreck. In den Staub fliegen Dreck. Ja, hallo erstmal. Alles Banane, du Pflaume! Monster Kill 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 Kill. Ja? Ah, zum letzten Mal. Ich bin ein Schreckenslord. Kein Schecktransport. Thema Röhrig, Gas, Wasser, Scheiße.